Wir können keinen Jungen besuchen. Liebeskummer? Pausenstress? Halb so schlimm. Hauptsache die Show läuft richtig. Da hat er recht. Überraschung! Eine völlig abgedrehte Highschool. Hier wird gelernt und nicht getanzt. Schließlich lernt man ja fürs Leben. Ja! Wir haben eine Klasse zurück. California Highschool. Die Hodenhits bei RTL 2. Geben Sonstag Nachmittag.